Julia Gwynn gegen die ebenfalls. Richtig stark heute Olivia Clarke im Tor der Baliserin. Gwynn gegen Clarke. Gwynn drin! Und Gwynn verwandelt zum 2 zu 0. Auf Kurs. Julia Gwynn. Ganz schön knapp, ganz schön cool von der Verteidigerin. Gwynn traf bereits im letzten Spiel gegen Island vom Punkt. Auch diesmal ist der Ball drin und sie macht eine starke Partie. Gwynn. Ganz schön knapp, ganz schön knapp. Ja, genau. Jangen zum 3. Untertitelung des ZDF, 2020